Das war's auch. Mehr habe ich mich da noch nicht beschäftigt, weil mir das dann verzogen ist. Das richtig krass Strukturierte sollte man denn machen, die die geniale Baustruktur entworfen haben und zwar den Bienen. Was sich die Chemie da... Chemies Philosophie mit Stoffen da oder nicht? Also ist quasi unendlich. Du kannst ja kombinieren und kombinieren und... Du kannst gucken... Naja... Was heißt, wie funktioniert? Weißt du... Äh... Das ist auf jeden Fall so eine komplexe Sache, ja... Das ist auf jeden Fall so eine komplexe Sache.